Willkommen zurück bei Let's Play That Space. Gerade habe ich mir sowohl Schockpit und Termit geholt, mit dem ich eine Barriere wegsprengen kann. Aber zuerst muss ich erstmal hier entkommen. Entkommen mir war es Sinn, weil schon wieder ein paar Grüppel versuchen mich umzubringen. Was haben die Nekromorphen gegen mich? Ich verstehe es nicht. Okay, jetzt ist es Zeit, mal Reifen zu demonstrieren, was diese Dinger tun. Ich hoffe, ich bringe mich jetzt nicht selbst tun. Zutrauen würde ich es mir. Ne, machen wir es lieber so. Hm, lustig nicht? Hey, Flammenwerfen, Munition. Kann ich gleich mal nachladen. Okay, was dieses Ding hier bringt, das frage ich mich. Ich würde gerne wissen, da vielleicht noch irgendwas in diesen Röhren drin ist. Ach, egal. Geh jetzt einfach mal rüber und weiter. Ja, das ist ein wenig umständlich, aber so muss man springen. Es geht nicht auf den direkten Weg. Okay. Wieder ab in die Schwier... ab ins Vakuum. Ja, im Vakuum ist mir auch nicht vor, gegen uns sicher. Gut. Let's go. War. Jetzt reicht's. Ich bin der Dinger jetzt mal im Nackern. Oder nicht? Ich wollte es gerne Munition verspenden. Jetzt. Verreckt doch. Der wäckige Spiel. Oh, mein Gott. Na ja, auf die Weise kann ich meine Medi-Packs mal loswerden. Die stören mich. So. Wieder volle Leben. Na ja, hier geht noch ein bisschen Munition, das kann ich jetzt wieder aufsammeln. Ich habe eh viel zu viel Munition. Guck her, die Dings. Und fertig. Das ist noch irgendwie. Das ist hier unten. So. Das war's jetzt dann hoffentlich mal, oder? Ah ja. Noch eine Munition. Und hier haben wir dann gleich eine Werkbank. Ah, noch Muni. Verreckt. Verreckt. Doppel. Diese Krüppel. Wie viele Knoten habe ich jetzt eigentlich? Einen. Fies, fies. Trotzdem, das reicht, damit ich mal meinen Plasma-Katter. Ja, darauf vorbereiten kann, dass er abgegradet wird. Also im nächsten Mal macht ich nachladen und dann Tempo. Und dann kommt es wieder zum Schaden. Und so. Oh, also. Nicht allzu für eine Zukunft sollte ich den komplett abgegradet haben. Okay. Da ist wieder unser Freund von vorhin. Wow, mein Gott, mein Gott. Das war knapp. Das war knapp. den hier oder und nicht den hier den hier verwendet Flammenwerfer ansonsten ist aber reichlich sinnlos wollen wir mal speichern würde ich sagen aber ich verabschiede mich jetzt nicht direkt beim speichern wenig Zeit haben okay dann gehen wir direkt durch die Barriere weiter nein müssen wir die Barriere erst aufsprengen jetzt durch die Barriere werfen wir vor noch ein Blick in mein Inventar ach ja da gibt es einiges zu verkaufen jetzt werde ich noch schnell erledigen so viel Munition brauche ich nicht und jetzt geht es schon Knoten aus gut dann wollen wir mal direkt weiter durch die freigeworne Barriere ok sie sind durch bis zur Leichenhalle sollte sicher sein die Codes sind an der Leiche der Leiche holen hey grosses Loch ekliges Loch voller Blut ich bin sicher dass sie hier irgendwo die auftür danke ok zwar nur ich nicht so viele credits aber es ist nichts verdammt bleibt stehen ok bleibt endlich stehen hier das war's zwei Missgeburten weniger ok wie das und Energie teilt wo ist es zu gehören hier und hier und wieder mehr Stromversorgung ziemlich viel Blut hier nicht extrem viel Blut Sauerstoff Station können wir auch nicht gebrauchen K ok schon wieder so oh oh au es spuckt kass es spuckt was ok oh oh von allen Seiten diese Penner weh noch einer aber ein halb kaputter Penner der kann mir nicht gefährlich werden gut alles einsammeln ja schauen wir nachher darüber jetzt auf jeden Fall oh hallo ö oh oh das ist nicht gut die Frau ist auch leicht wahnsinnig ok sie meint ich verabschiede mich jetzt jedenfalls mal fürs Erste wir sehen uns beim nächsten Mal und trotzdem ganz in wem was so in der Leichenhalle alles schön los ist bis dahin tschüss